Stilau Palace, guten Tag, 12. Woche Freitag. Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute von sich sagen können, ich möchte von heute ein Ja zu meinem Schicksal sagen. Ich möchte dankbar Ja sagen, wenn ich einmal nicht gut aufgelegt bin, wenn mir ein Missgeschick widerfährt, wenn man mir unfreundlich begegnet, wenn mich jemand kritisiert, wenn mir einmal etwas nicht gelingt, wenn ich meine, dass jemand gegen mich sein könnte, wenn ich meine Ziele aus den Augen verloren habe, wenn ich keine Anerkennung bekomme, wenn ich aufgeben will, wenn was auch immer. Selbstverständlich sage ich ab heute voller Dankbarkeit Ja, wenn ich morgens wach werde und den Tag voller Dankbarkeit begrüße, wenn ich mir klar mache, was ich mit meinem Körper alles unternehmen kann, wenn ich mir vorstelle, was mir dieses Leben noch alles zu bieten hat, wenn ich mir vorstelle, was ich in diesem Leben noch alles geben kann. Ich mache mir also heute klar, wer seine tägliche Frustration nicht für Probleme verwendet oder für die Lösung von Problemen verwendet, die ihn weiterbringen, wird seinen Frust mit Nichtigkeiten verplempern. Und dazu will ich nicht gehören. Tschüss, bis morgen.